Das ist die Frauenpower. Wir drei Mädels gehen auf Tour und wir freuen uns. 2017 werden wir losgelassen mit dem Thema Frauenpower. Volle Energie. Wir sind einfach Überlegung. Wir kennen uns jetzt schon, oh Gott, 25 Jahre schätze ich. Ja, ich glaube wir haben selber Hochzeit. Wir sind Männer, das stehen. Wir können auch romantisch. Das Größte aber ist die Liebe. Die Liebe steht ganz oben an. Weil keine Macht auf dieser Erde sich mit ihr vergleichen kann. Das Allergrößte ist die Liebe. Sie ist das höchste Gut der Welt. Das ist die Frauenpower.